Lumpini Garden heißt das jetzt hier. Ne, das heißt einparken. Lumpini Garden, auch wenn es noch nicht so richtig gartenartig aussieht, aber das kommt gleich. Und zwar jetzt, Brisa, du fährst super, aber ich steige ja trotzdem schon mal aus. Ja, da ist auch keine Fahrkarte. Denn hier ist Feind. Keine Fahrkarte, ich muss da immer an Indiana Jones denken. So, ich mach mich mal an Charlie ran, wenn ich den aus dem Wasser... That's what she said. Okay, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. So, jetzt dann. Aber es ist schon faszinierend, dass dieses... Dass man immer noch so viel an... Oh, oben im Zug, oben im Zug, hab ihn! Dass man an so vielen Sachen immer noch hängen bleibt in diesem Spiel. Und ich glaube, dass es in Dragon's Teeth auch nochmal wieder ein bisschen schlimmer. So, Revolution Elemente, soll ich mal erklären? Ja, erklär doch mal. Und zwar kann man einmal vor und hinter dem Zug, egal welche Blickrichtung, die Brücken, also die Eisenbahntrasse sprengen. Und man kann, wenn man rechts und links von diesem Staudamm, wo dieser Wasserspeicher oben drauf ist, einen Knopf drückt. Da gibt's auch schöne Schilder davor, A und B. Die müssen gleichzeitig aktiviert sein. Dann gibt's einen riesigen Erdrutsch, wie man ihn jetzt sehen kann. Und der verwüstet alles und ihr werdet alle sterben. Und der macht hier in der Mitte alles matschig, gell? Und dann stirbt man, wenn man da ist. Deshalb wollte ich gerade wegrennen, aber Major Pit hat mir das abgenommen. Schade, jetzt sieht man aber das... Ah, jetzt stirbt er! Oh, hä? Ah! Revived worden! Und dann aber genau in den Matsch rein. Ja, ich wollte nicht revived. Und jetzt ist mein Bildschirm bauen. Ja. Ja. Schön. Gut. Wieder was gelernt. Ich geh mal bei Echo raus, denn Echo blinkt. Der blöde Bot, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So einen blöden Bot gibt's. Ja. Gut. Haben sich jetzt die Flaggen auch irgendwie verändert? Charlie ist spontan weg? Nee. Hä? Wo ist denn Charlie? Jetzt ist sie wieder da. Okay. Dann verteidigen wir die doch gleich mal. Ich mach mal ein Guckchen drauf in der Zeit. Oh, das wird ein Boot. Das wird bestimmt hier außen rum. Mann, da ist ein Sniper von mir wieder. Oben im Zug. A, Alpha. Sind zwei Sniper. So. Hm, hier ist keiner mehr. So, jetzt Charlie. Wo kommen wir denn mal hin? Äh, ich fahr mal zu Bravo. Oh ja, warte, da komm ich mit. Das ist glaub ich ne ziemlich bescheuere Idee. Oder du wartest halt nicht. Achso. Ich dachte, oh genau. Au, 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 au. Fahr schneller. Komisches Boot. Der blöde Boot. Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was hat denn hier so'n blöder Boot verloren? So'n, so'n Roar-Dinger. Mein Gott. Was? Ein Boot? Ja. Ja. Der komische EUD-Wort. Einer kommt hinter dir, hinter dir. Einer? Es sind mindestens zwei. Ja, mach sie alle weg. Danke fürs Warnen. Leg mich mal hier in der Hecke. Do it. Na, mit dem Glas ist... Ich glaub, ich leg jetzt mal lieber weg. Pingplang. Wie hattest du die denn gesehen? Ähm... Ja, mit meinen Augen. Ach, mit den Augen. Geil. Musst du auch erstmal freispielen, ne? Ja. Das sind die zwei Dinge im Kopf, ja. Da kommt einer angerannt. Oh, ich krieg von irgendwo ne Granate. Oh, hier kommt gleich einer zu mir rein. Ja. Ja. Oh nein! Hier ist immer noch einer. Draußen, draußen, äh... Schrei da rum. Ja. Und von aus der anderen Richtung auch. Und ich bleib hier wieder an irgendwelchen... An irgendwelchen, äh... Möbelstücken hängen. Hast du den? Ja, da liegt er. Ja. Ja, sehr gut. Läuft da. Jetzt mal hier das Holzgitter weg hier. Ah, sag mal, was ist'n das, ey? Hab ich nen Holzgitter vor der Fresse? So, bei Alpha ist... Ist, äh... Gut, was los? Das sollten wir... Ach ja, Holzgitter. Ich nehme's mit. Ja, wir haben übrigens auch Delta wieder verloren. Ich würde aber sagen, wir nehmen mal Alpha, weil da oben sich so'n, ähm... Ach, diese Sniper. ...sniper festgesackst. Äh... Jo, war ich schnell weg. Uh, 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 uh. Hat der uns beide mit einem Schuss? Au! Nee, der hat mich immer an dich. Nein! Bleib liegen! Oh, zwei dumme Eingedanke. Ja. Der Sniper sieht mich zum Glück nicht. Aber bei Alpha ist oben einer. Ja. In dem Boot... Ja... Hausboot... Ich glaub da wird jetzt gemessert da, zu meiner Linken. Vielleicht aber auch nicht. Oh, da sind auch noch welche drin in dem Haus. Ja. Hab ich. Pato, komm! Nein! Was? Wo ist deine Leiche hin? Ich bin aber ganz anders gestorben. Ja. Das unterschreibe ich. So, ach, Alpha gehört schon. Aber da ist doch immer noch wer drin. Ja, hinter uns jetzt. Oh, was heißt hinter uns? Gut, dann erstmal Charlie verteidigen. Und dann weiter rennen zu... ...Pfff! Delta? Das gibt es? Wieso sterben? Das ist doch... Komm. Gehen wir zu Delta weiter. Was? Warum? Was? Wieso? Weshalb? Kommt jetzt hier gerade einer zu mir. Ah! Das ist einer der Recons, die ich brauche. Für das Bulldog. Ah, shit. Jetzt treffe ich nur wieder irgendwelche Gegenstände, die ich nicht treffen will. Ja, und mal... Öp! Piept einer im Defi rum? Keine von euch! Charlie befriedet. Dann halt Delta. Zersorgt! Uh! Link! Oh, ja, rechts auch. Der hat auch einen kleinen Headshot bekommen mit der Bulldog. Wollte sie den da? Ja, ja. Habt schon wer anders. Wollte ihn noch. Wir sind hier noch nicht aufgeklärt. Okay, doch. Ich immer noch nicht. Ich hab auch, wie sie sich gehört, einen Charlie drauf. Geh mal ganz hinten rum. Da kommen wir mit. Da können wir aber nicht die Flagge nehmen. Da hinten ist immer noch einer. Ja, aua, aua. Hoch, 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 hoch. Ja, ich schieß, ich geb ein bisschen Suppression, Dingsbums. Ja, komm, komm du jetzt. Ja, jetzt. Nee, ich komm da nicht mehr hoch. Hab ihn. LOL. Nice. Oh, da sind noch welche. Release the Bulldog. Ich komme. Doch nicht. Boah, Svensonic, die Sau. Nein. Hab dich, Memphis. Hoffentlich sieht der mich hier nicht. Der liegt nämlich da noch. Au. Ach, der sieht mich. Ja, das ist er wieder. Sau. So, äh, dann lasst mal Echo den da wegmachen. Zwischen Delta und Echo oben auf deinen Gleisen sind es einfach. Jetzt bin ich hier in der Ecke eingeklemmt. Weil Irgendwann Jochen sich vor mich setzt. Oh. Pato. Ja, Pato. Teig bei dir oben. Ab ihn. Ach, wunderbar. Oh, da, ich hole dich. Also, wenn er auf mich braucht, dann geht. Oh, meine Emissionen geht auch schon alle. Dann lasst mal zu C rüber gehen. Wir haben nur noch 16 Schuss. Hoffentlich sind es keine 17 Gegner. Oh, ich glaube, ich bin genau im richtigen Moment ins Wasser gehupft. Oh, das sind schon mal zwei. Drei. Drei. Herrgott. 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 Ständig bleib ich an irgendwas hängen. Ja. Das ist hier auf der Map wieder ganz schlimm. Stehe auch nicht. Ja, weil ich hier die Textur ändert. Bzw. der Untergrund. Ach. Das verstehe ich auch nicht, wie man das nicht hinkriegen kann, denn man muss doch dann einfach nur mal für eine Weile mit Leuten durch die Map laufen. Breezer, fahr vorsichtig. Hast du... Ja. Lass mich vorne hin. Schön. Warte. Jetzt kann man doch hier rein... Nein, das ist eine Granate. Hilf. So. Jetzt kann man doch bestimmt rein messern. Jaja, ich... So ist... Wow. So. Da fliegt es. So. Mach's schön jetzt. Die haben von euch Abo? Ja. Oh ne. Ein Abo. Ein Battle-Dose-Abo. Das gibst du nicht. So. Wir gehen mal zu A. Ja, hier läuft auch schon einer zu Charlie. Hoffentlich ist es ein Recon. Jetzt häng ich schon wieder. Bitte, Leute. Kann es denn so schwer sein? Uh, da kommt einer hinterher. Wie cool aussieht, aber auf der man sich einfach nicht bewegen kann. Ja. Was? Naso. 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 Kennt ihr noch zwei Nasen... Zwei Nasen tanken super? Ne, das war nicht zwei Nasen tanken super, sondern irgendein anderer. Gottschalk und Krüger-Film. Ganz schlimm. Kennst niemand mehr. Hä? Da sind wir zu jung für. Ja. Ich bräuchte hier jetzt mal Unterstützung bei A. Ja, ich... Hatt's nicht gegessen. Wenn ich nicht wieder... Ich komm da jetzt... Zwei Mann oben. Nicht zu meiner Leiche sprinten. Warte lieber. So, ich bleib erstmal ein bisschen hocken. Manter Mann, wir regeln das jetzt. Komm mal mit. Ja. Boah, jetzt häng ich hier auch wieder irgendwo fest. Boah, wie ich das halt jetzt nicht... Ich den nicht hab treffen können. Das kann doch nicht sein. So, nochmal. Kriegt man das weg? Ne, da... Jens hat's geschafft, dass er eine Claymore gemacht hat. Warte, wie? Na gut. Das war der Ausgleich von eben. Im Zug zwei Leute. Im Zug zwei Leute. Im Zug zwei Leute? Ja. Das wär dann eigentlich was für mich. Aber ich frag mich gerade, wo der Typ ist, der eben noch unter mir rumlief. Wo ist der Typ, der eben noch am Telefon war? Naja. Einladen mich bei meiner Leiche. Kommt hoch aufm Bahnsteig. Kommt jetzt auch mal vor. Schlechtes Gewissen, wenn ich hier hinten rum oxidiere. So, ist hier noch irgendwo wer? Oder ist, äh... Ja. Keiner, es wartet um. Boah, ich schieß heute aber auch schlecht. Das liegt natürlich alles daran, dass ich mich wieder an meine Maus gewöhnen muss. Das war auch eine... Das war auch eine... Hast du ja nicht deine Maus aus den U von S von A mitgebracht? Ne, das war aber die gleiche, wie ich hier auch hab. Deshalb, ähm... Oh, da wäre ja noch so ein Recon-Typ. Den bräuchte ich ja eigentlich. Ah, ja, ja, ja. Wieder nur Assists. Uh. 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 Uh, von Richtung Alpha. Irgendwo von Richtung Alpha. Ja. Lass mal Alpha verteidigen. Da ist ein Licht einer. Kriecht einer. Oh, Alpha da. Ja, Mann. Jetzt hab ich ihn markiert. Ich krieg ihn nur nicht getroffen. Ja, ich muss jetzt mal wieder hochkommen. Und jetzt hab ich keine Munition mehr. Und jetzt häng ich fest. Wie? Man... Immer... Immer hängt man fest an allem in diesem Spiel. Das gibt's überhaupt nicht. Oh. Der wurde auch teleportiert. Ja, 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 ja. Uh. Ja, äh... Bleib mal... Pato, bleib mal stehen. Muss mir hier ein bisschen was geben. Ich geb mir einfach selber aus. So. Gut. Muss mal an den ran. Ich brauch seine Munition. Hat er hier. AEK kann ich auch gut. Auf den Gleisen. Oh. Jetzt bleib ich da hängen. Kommt da eine Treppe hoch. Oh. Da war ja eine hinterher. Einen hab ich. Da ist immer... Es sind immer noch welche. Ja, es sind zwei. Drei. 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 Jetzt werde ich von irgendeinem Sniper an. Klar. Ja, hinten. Ganz hinten an den Gleisen. In der Richtung. Oh, sauber. Oh, schmutzig. Ja, ja. Von meiner Leiche, auf meiner Leiche. So welche. Ich bin tot. Das sind so viele. Äh. Delta kriegen wir gerade wieder. Pompatile kommen bei dir. Oder bei Memphis. Ja. Genau. Was? Drei. Ich komm mal. Oder wenn wer anders kommt. Nix. Doch. Squad Assists. Countless. Countless. Kill. Nice. Weiß gar nicht, ob die auch für das Assignment zählen dann. Hm. Ich glaube nicht. Ich hatte vorhin irgendwie, äh. Mal ein Kill Assist, äh. Oder Countless Kill, als ich im Wasser war. Und dachte ich ja geil. Aber nicht so. Warum kann ich den nicht? Alter. Haben die alle irgendwie hier das neue, neue Zelt DLC gekauft? Und haben das hinten aufgeschlagen, ne? Meine Fresse. Ja, das sind Trainspotter. Ist ja krass. Oh. In kurzem Moment dachte ich, ich könnte dich noch retten, Wattung. Bin wieder da. Und I took an arrow in the knee. Oh, Herr Zume! Ja, so bin ich zu dir. Wie eine Mutter ohne Brust. Oh nein! Uh. Dachte gerade genau. Oh! Au, au, au! Die hinten sterben sie auch alle! Nein! Jetzt vom Zug da oben sind sie überall drin, echt! Ging leider, geht leider nicht! Du bist wieder irgendwo eingeklemmt! Von hinten! Abhin! Im übrigen, Echo fällt auch! Da hocken sie halt alle über uns auf den Gleisen und wir kommen nicht hin. Das ist ja echt schade. Ah, unten kommen sie auch gelaufen. Pato, aus der Richtung kommt einer die Treppe hoch. Ja, zu spät. Muss ich nur wissen, wo die Treppe ist. Die Übertreppen hier. Die Übertreppen. Das war... Okay. Sieht wieder gut aus. Bis auf die Mitte. Was? Da unten... Das ist ein Mörser. Oh. Ach, das waren noch Zeiten, wo der... Ach, Kacke. Wo der Mörser halt direkt neben dem... Wo der Mörserschütze direkt am Mörser dran war. Wobei hier der Penetrator, das... Der war's wahrscheinlich. So. Geht's vonstatten. Ähm. Jo, läuft doch. Äh, ich komme hier bei euch mit. Hier oben auf dem Gebäude, glaube ich. Ja. Da sehe ich ihn. Ja, komm hier, count the skill, genau! Dann vielleicht gleich zu Delta. Ja. Echt? Ja, genau. Ja, genau. Ah, das macht ihr schon. Ich mach den erst platt. Ja, er läuft da rechts. Zum Erschrecken was hin. Hat dich einer wieder aufgestellt? Ja, ne? Ja, ja. Ich pass auf links auf. Ja, ich geh rechts rum. Oh, links? Zwei Mann. Weißer. Da bin... Nö, das war jetzt erst mal nur einer. Bei mir! Oh, ja. Lauf dich frei. Schaust es. Okay. Gott weiß. Ah, da... Wird er wieder geschossen. Ist irgendwie Krieg hier. Ja, ist der Krieg. Nice. Ah. Bei Marmothans Leiche. Bei Marmothans Leiche. Das klingt wie so'n... Schwur. Ne? Bei Marmothans Leiche. Beim Barte des Propheten. Bei Marmothans Leiche. Beim Barte meiner Mutter. Hier, ich lieg da tot so... Äh... Bin jetzt auf zu spät. Oben, der ist hochgelaufen. Z2. Ach, ich bin nicht alleine. Stumm mit. Hab einen. Da, hoch da. Sturmtruppen los. Das müsste es aber doch gewesen sein. Was liegt da? Ah... Die hat's mir nicht dran. Was ist denn das? Na, der Sniper. Ach ja, gerne. Oh ne. Ja, so der ist mega super Sniper. Oh ne. Mit dem Zweibein auch noch. Was soll der Scheiß. Jetzt will ich aber sehen, dass du mit jedem Schuss einen Kill machst. Pfff. Genau. Einer liegt da hinter dem grünen Streifen auf der Straße. Glaub, da kommt noch mehr. An dem Tordurchgang, wo der Alka nicht fällt. Oh nein. Ich zieh im Minimap. Das ist einiges. Blöde, blöde Zweibein. Ja, mach du das bitte. Ich sitz hier oben am MG. Ja. Ich seh im... Ich seh aus ganz nahem, wie die Leute tot umfallen. Ist auch noch schön. Inzwischen alles, was ich hier mache. Wo... Mamatan, wann bist du da grad gestorben? Wann seid ihr beide gestorben? 4 und 5 Leuten. Erkältung. Was? Sind die? Ich seh da keinen. Ah, jetzt dann. Da... Da kommen die gar nicht mehr Leute. Jawoll, ich hab was gekillt. Nur ein Sniper gewährt. Yeah. Achso, die ist ja auch. Die ist One-Shot. Naja, ne. Ich brauchte schon zwei. Aber, ähm, die ist ja Auto. Semi-Auto. Rechts um die Ecke sitzt direkt jemand. Wie ist ein Auto? Semi-Fahrzeug. Ah. Alter, hab ich grad viele Kills gemacht hier oben. Mann. Ja, ich hab genau einen gemacht. Äh, was ist das da da? Spektakulär. Nein, die zwei leben noch. Nicht, Alter. Abgehen. Wollen wir da durchschießen? Na, pass auf, da ist noch so ein MG-Schützer. So, dann können wir uns aber auch Richtung... Achtung, da sind noch welche oben auf dem... Unten und oben. Sind da. Oben auf dem unten und oben. Okay. Ja, überall einfach. Neue Diffusion. Ich will jetzt einen Sniper an. Wie, was, warum nicht? War doch so schön. Naja. Erstmal nachladen. So. Erstmal Pause. Genug mit dem MG gekillt. Jawoll. Zersorger zersorgt. Links, links. Zwischen Alpha und, äh, Echo. Boah, wenn's nicht so wackelt. Zwischen Alpha und Echo ist alles. Rechts auf der Map. Da! Da hinten! Ich seh sie doch. Wieso siehst du sie nicht? Ja, wo, wo die schießen? Jetzt bleib ich hier wieder an so ner popeligen... Das gibt's doch nicht. Ne, das gibt es doch nicht. Bauts. Yeah, ich hab irgendwas. Bekommen. Links noch ein Sniper. Jawoll, Bulldog. Da iss'e. Hä? Ach so. Ja, da musst du aber... Tief durchatmen, weil du musst jetzt nochmal 10 kills machen... Für das Red Dot. Weil das Ironside ist einfach nur Kacke. Sollte doch hoffentlich möglich sein. Bravo blinkt. Schreit doch nach mir. Mh, Mann. Seh ich nix. Könnt ihr jetzt da den... Mörser kaputt schießen? Aber ich glaub das war ne... Geldverschneidung. Ah, Zoom halt. Ich knife hier oben an paar Leute. Machert. Guck dir dabei zu vom Item. Kann nämlich kein Blut sägen. Drei hab ich. Und dann haben sie mich weggemacht. Spawn bei mir. Spawn bei mir. Ich will doch nur mal ein bisschen Snipern. Ah, den zum Beispiel. Alter, 5 Hitmarker. Das stimmt nicht. Ah, ich geh jetzt mal auch auf diese Gleise hoch. Auf Alpha sind noch zwei Squads. Ah, wo geht die Flagge hoch? Für die? Ne, für uns. Achso, okay. Cool. Ah, ich weiß nicht. Da wird noch geschossen und gestorben. Ja, aber wir haben's jetzt. Gut, will ich nichts gesagt haben. Hier in deinem Erdloch, oder in dem Erdloch, kannst dich schön verkrümmeln und auf A snipen. Bulldog hat nen geilen Sound, ey. Auf A? Aber A ist doch schon tot. Ah, hat irgendwie keiner gelacht. Hörst du ihn? In den Kommentaren, wie keiner lacht. Ich hab ihn nicht mal verstanden. Ich hab's doch nachgedacht. Ne. Ja, natürlich. Jawoll. Ich dachte gerade, war das gerade Absicht? Das Schlechte. Jawoll, da gehen sie alle hin. Komm, ich stell ihn nochmal auf. Dann lebe ich ihn gleich wieder. Oh, Pato, Malburg existiert. Wir haben ja schon eh nicht mehr gesehen. Ja, der hat mich schon ein paar Mal gekillt. Das ist gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal. Ja, ganz wild. Für die 50 Kerl, die hat mir gute Dienste geleistet. Bitteschön. Wie gesagt, jeder Schuss war ein Kill? Ja, bei mir nicht, aber... Uh, uh, jetzt werden die ja auch angeschossen. Das gilt aber nicht. Ne, ich weiß auch immer noch nicht, wie weit man hier mit so Geschichten vorhalten muss. Ach, Delta fällt. Wo seid denn ihr alle? Ihr seid alle bei Alpha? Das ist ja gut. Vielleicht kann ich in der Zeit trotzdem noch... Drei Schüsse habe ich noch. Das ist ein halber Kill für mich. So, kommt mal da einer raus. Bin schon aufm Weg zu dir. Jawoll. Kannst mich ja mal ein bisschen führen. Du musst tanzen, oder was? Nee, das hätte ich nicht vor. Ja, hinten läuft einer. Schwimm, du Sau. Oh, da habe ich ihm einen schönen Zaun kaputt gemacht. Aber... Das wird ihn ärgern. Ja. Das Ding war gerade erst toll lackiert. Verdammt, nicht mein Zaun. Damn you. Gut. Gut. Das heißt, in der nächsten Folge kann ich mal hier das neue Gewehrchen ausprobieren. Bulldog. Bullpup. Bulldogpup. Pappbull. Boah. Ja, jetzt hört es langsam auf. Bullbull. Was? Was ist da passiert? Pato? Ja. Wir, Platz 1, was... Warum? Da wünscht dir jemand viel Spaß in den USA. Was? Da wünscht mir jemand viel Spaß in den USA. Ja. Dann müssen wir in die Zeit zurückreisen. Ja. 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 Ja.